Doppelrizex! Komm! Ja, ja! Lust raus! Ja, genau! Ja, genau! Komm, beide! Ja, ja! Ja, ja! Komm, deine Pose! Komm! Lust raus! Zack! Ja, ja! Jawoll! Doppelrizex! Wurzeln an sich! Wurzeln an sich! Ja, ja! Wurzeln an sich! Jawoll mal! Was ist die? Komm! Komm! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Beide Beine! So Jungs, jetzt dürft ihr euer Polster abkommen. Ja, Mann. Ja, Mann, ne Krisen, breeding USA. Ja, Mann, Neus Lady. Ja, Mann. Ja. Was warst du denn da? Das war ein Sieger-Reihe! Jürgen, wir nehmen einmal kurz den Schrauben und alle von euch kommen wieder raus. Was denkt ihr, wer kommt hier jetzt wieder raus? Soll ich das nicht? Soll ich das nicht? Soll ich das nicht? Klingel Schubach! Kampflichter-Richter-Zusammen! Ah, haben Sie schon! Unser Präsident kommt wieder auf die Bühne! Bühne, Hände, Schubach! Also der Sieger war nicht einstimmig, das kann ich schon mal sagen. Die Punkte-Beteilung sieht folgendermaßen aus. Drei, zwei, eins, eins. Also jeder von denen hat mindestens einen Punkt bekommen. Und der Sieger hat drei Stippe. Er ist der Sieger. Der Sieger, der Gesamtsieger des heutigen Abends, reicht. Tobias! 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 Heute ist der Sieger des heutigen Abends. Du darfst ruhig rauskommen! Wir haben uns gesagt! Herzlichen Glückwunsch! Tobias! Genau! Gottschung-Kort, wir haben uns gesagt! Der Sieger! Der Sieger, der Sieger, der Sieger! Der Sieger! Der Sieger! So, lass uns mal kurz die Botschaft machen. Elfz, hin! Elf, hallo! Alles klar, Dankeschön! Okay! So, jetzt darf von hier auch sein Coach nochmal eine Post machen! Herzlichen Glückwunsch! Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seht uns hier irgendwo anders nochmal. Bei der Deutschen Meisterschaftsbrief ist es in Wiesloch, da bin ich wahrscheinlich Kampfrichter. Wenn ihr mich da einsetzt, dann da. Okay, ich bin Kampfrichter. Alles klar, schönen Abend oder guten Abend zu euch. Ciao, 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 ciao. Servus. Servus. Okay, ich bin ein Thema, ich habe keine Ahnung.